Mit der Ruhe ist es vorbei in Altausee in Österreich, denn ab heute ist dort James Bond der Agent mit der Lizenz zum Töten im Einsatz. Über die Story des 24. Bond-Films ist noch wenig bekannt. Die Sicherheitskräfte vor Ort zumindest sind geheimdienstmäßig verschrieben. Der Drehort wurde weiträumig abgesperrt. Nur so viel wird gemunkelt. 007 alias Daniel Craig soll mittlerweile in seinem Hotel angekommen sein.